Ja und damit herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Ich wollte euch nur mal informieren, dass ich jetzt am kommenden Samstag, also diesen Samstag, im DB Museum in Koblenz auf den Simulator-Tagen bin. Leider bin ich nur am Samstag da, nicht am Sonntag. Ich werde so ungefähr ab 11.45 Uhr im Museum sein, werde da rumlaufen, mal gucken. Ich denke mal, man wird mich erkennen. Wenn ihr mich erkennt, dürft ihr mich natürlich gerne ansprechen. Äh, ich bin auch da, um mit euch zu quatschen, wenn das irgendwie will. Im Stream wurde jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, hey, man sieht sich auf den Simulator-Tagen. Ja, das wird man, ähm, ich werde mal gucken, was wir da so gemeinsam machen können. Und ja, ich wollte eigentlich nur mal kurz ein kleines Infovideo machen, dass ich da bin, für alle, die das im Stream vielleicht nicht so mitbekommen haben. Und ich würde mich freuen, einige von euch zu treffen. Und ja, ich würde sagen, bis dahin und bis Samstag.